Der ganze Kreis ist gleich voll von Zombies, Mann. Wir haben die halt auch nicht gesehen, Mann. Wir sind so tot. Wir sind einfach so tot. Naja, dann lasst uns jetzt mal anfangen zu killen. Wir suchen jetzt aktiv... Wir bleiben einfach in den Autos und ballern und ballern und ballern. Der Spool fährt im Kreis und wir ballern einfach raus. Das wäre eine gute Idee, ja. Nicht links rum, du rechts rum. Oh, aber das ist super bergig hier. Das ist vorteilig für die. Komm, wir fahren jetzt erstmal an so einen Rand und töten jetzt mal ein paar Zombies, die reinlaufen. Okay. Wir müssen schon mal so 30 killen, bevor die letzten Kreise kommen. Wo sind die denn alle? Keine Ahnung, wo sind die denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will nicht sterben, wenn ich... Ey, hier sind einfach... Gleich siehst du nur so, wie die aus dem Gras aufstehen. So 80 Zombies. Und auf uns zu rennen. Wo sind die denn? Ey, wo können sich denn 80 Leute verstecken in diesem Kreis? Ernsthaft, wie geht das? Oh, die sind hier in der Kule vom Flugzeug. Das kann sein, ja. Lass uns doch dein Flugzeug auf den Flügel gehen, oder? Warte mal, ich fahr nur kurz vorbei hier. Seht ihr was? Ne, nix. Hä? Wo sind die Ver... Wahrscheinlich sterben vielleicht 60 an der Zone oder so. Wo sind... Ist mein... Ey, ist einer. Ja, hier ist... Der ist AFK. Aber ich hab nur eine Sekunde Revive-Time, oder so. Ja, ne, das passt schon. Lassen wir den einfach legen. Zombie kann sich wieder... Wenn der AFK ist, der hilft sowieso nicht. Ich hoffe immer nicht. Okay, Leute. Das sieht nicht gut aus hier. Ich verstehe das nicht. Können die sich unsichtbar machen, oder so? Haben die ihm sogar... Da, da, da! Attacke! Oh, die haben die alle. Attacke! Baller drauf! Baller! Ich hab einen! Alle drauf, ballern hier! Schieß, schieß, schieß! Ich fahr langsamer. Das ist nicht so leicht, wie du denkst, aus dem Auto raus. Ich weiß schon, ich weiß schon. Ja! Wir fahren hier! Ich hab schon gleich keine Muni mehr. Ja. So, mein Auto ist auch nicht so präglich, weil... Ich hab einen überfahren. Unfair! Hier sind 80! Einfach durchkurven hier, durch den ganzen Licht. Ja! Okay, lass aussteigen. Okay, okay. Hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das war eine schlechte Idee. Steig wieder ein! Nein, das geht nicht. Das Überleben. Steig ein! Okay, komm, solange wir noch spät haben. Solange wir noch... Das können wir gar nicht überleben, Mann. Das geht nicht. Aber wir haben eh gleich kein Sprit mehr. Oh mein Gott. Überfahren ist lame, Alter. Wie sollen wir gegen 80 Leute... Wir sind... Wir haben auch eh gleich... Wir haben kein Sprit mehr in zwei Minuten. Alter, wie viele das sind? Nein! Nicht außerhalb fahren. Ja, ja, ich... Ich fass auf. Da oben ist ein Drop. Ja, ich fahr zum Drop. Ich fahr zum Drop. Einer kann... Aber nee, wir sterben, wenn wir da drin gehen, oder? Hier ist schon einer dran. Ich hab mich überfahren. Steig aus, steig aus. Ich sicher hier die Bäume. Unser Wagen rollt weg. Oh Gott, da ist er! Insel, 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 insel. Unser Wagen rollt. Unser Wagen rollt. Komm, schnell! Ja, ja. Ich steig ein. Ja, überfahr mich halt. Fahrt weiter. Fahrt einfach weiter. Warte einfach weiter. Komm rein, Spoon! Ja, ich bin drin! Fahr, fahr! Der Wagen fährt nicht! Der Wagen fährt nicht! Scheiße, das Scope. Wir sind so tot. Oh mein Gott! Wieso sind die... Okay, halt, halt, halt. Halt die schnell, hier ist gerade keiner. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich hab nur noch sieben Schoßen. Der eine? Okay, super. Sieben Schoßen. Sieben Schoßen AK. Wir haben nicht mehr viel Benzin, Leute. Wir müssen uns dann alle zusammenstellen. Wir müssen was überfahren, weil wir das nicht schaffen. Wir müssen uns zusammenstellen, Leute. Irgendwie zusammenstellen. Aufs Auto stellen. Hier, auf den Stein. Nee, der ist nicht mehr drin, oder? Nee. Die Zone, die Zone. Du musst nochmal durchfahren. Du musst nochmal durch die durchfahren. Wir haben keinen Sprit mehr, dann stehen wir gleich mitten bei denen drin. Der Horde, oder? Oh. 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 Wir haben gleich keinen Sprit mehr, Leute. Wir haben keinen Sprit mehr gleich. Ich hab richtig viele ausgenockt. Fahr nochmal vorbei. Nein, wir haben keinen Sprit mehr. Dann hoffen wir noch auf ihn hin. Granaten. Ich werf Granaten hin. Ich hab zwei Granaten hingeworfen, glaube ich. Irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben nicht mehr viel Sprit. Wir haben... Nein, ich fuhr die Befahrt. Wo ich meißen? Auf die Leute. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, unsere Tankerzeige ist einfach leer seit 10 Sekunden. Oh nein. Fahr auf jeden Fall nicht mehr rein jetzt. Wir haben Granaten ohne Endkampf. Fahr weg, fahr weg. Wirf Granaten. Hier ist schon weg. Ich hab alles zu praten. Ich hab voll die Pauk. Aber das ist sinnlos. Leer. 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 Killen. Killen. Killen, Leute. Killen. Ich weiß nicht, wie ich leben soll. Killen. Killen. Ich bin tot. Nein. Das kann man einfach gar nicht schaffen. Das ist so hart. Wir sind doof.